Wir befinden uns jetzt wieder im Bereich meiner Ablage auf meinem Google Drive-Laufwerk. Wenn wir jetzt eine Excel, PowerPoint oder Word-Datei öffnen möchten, um sie zu bearbeiten, müssen wir die Anzeige des Ordners von Rasteransicht auf Listenansicht umschalten. Sobald wir auf Listenansicht sind und dann mit der Maus über ein Office-Dokument fahren, bekommen wir hier dieses kleine Symbol und bekommen den Text Open File. Das passiert auch bei Excel-Dateien, das passiert bei PowerPoint-Dateien und auch bei Publisher-Dateien. Aber diese Anzeige kommt nicht, wenn wir über ein Dokument fahren, das im Google Drive-Format vorliegt. Ich möchte jetzt diese Datei Excel VAT.xls öffnen. Dazu gehe ich mit der Maus in diese Zeile und klicke dann mit der linken Maustaste auf dieses Symbol Open File. Excel wird jetzt auf meinem Computer gestartet. Ich habe es hier jetzt so eingerichtet, dass die Abfrage, die Sie im vorherigen Video noch gesehen haben, ob das Programm Word oder Excel oder PowerPoint gestartet werden soll, so ausgeschaltet, indem ich das Häkchen da reingesetzt habe und Excel wird jetzt immer automatisch von Awesome Drive gestartet, wenn ich ein Excel-Dokument öffnen möchte. Wir befinden uns hier jetzt direkt im entsprechenden Dokument und wir können alle Möglichkeiten, die Excel bietet, jetzt ausnutzen. Ich kann zum Beispiel hier einmal reinklicken und ich ändere den Betrag von 10,33 auf 1,33 und Sie sehen dann, dass in der Zelle der Betrag geändert wird und dass auch die Summe in der Formel geändert wird. Alle Möglichkeiten stehen zur Verfügung. Wenn Sie mit Ihrer Bearbeitung fertig sind, dann können Sie auf das Symbol mit der Diskette klicken. Auch bei Excel sehen Sie hier, dass es etwas anders aussieht und diesen Kreis bestehend aus zwei Pfeilen anzeigt. Sie können dort drauf klicken, Sie können die Funktionstasten STRG und S drücken und Sie haben ebenfalls die Möglichkeit über Datei speichern das Dokument auf Ihrem Google Drive-Laufwerk zu speichern. Sollten Sie aus irgendeinem Grunde eine Kopie des geänderten Dokumentes auf Ihrem eigenen Computer oder in Ihrem lokalen Netzwerk haben möchten, können Sie auch das machen, indem Sie einfach auf Datei und dann auf die Funktion Speicher und dann klicken und sich den Speicherort auswählen und das Dokument dort abspeichern. Das mache ich jetzt hier nicht. Ich gehe hier wieder zurück und ich schließe jetzt wieder das Excel-Dokument. Wenn ich jetzt auf meinem Google Drive-Laufwerk die Vorschau aktiviere, dann sehe ich, dass unsere Änderungen auch tatsächlich gespeichert sind. Der Betrag ist von 10,33 auf 1,33 abgeändert und auch die Summe hat sich geändert. Verlassen wir die Vorschau auch wieder. Wenn Sie Dateien haben, die für Sie freigegeben worden sind von anderen Benutzern, können Sie diese selbstverständlich auch auf diese Art und Weise benutzen. Ich klicke einmal auf für mich freigegeben und bekomme dann hier diese beiden für mich freigegebenen Dokumente. Auch hier sehen Sie, dass ich das Symbol Open File bekomme und wenn ich mit der linken Maustaste auf dieses Symbol klicke, dann wird Word geöffnet. Jetzt werde ich auch hier das so einrichten, dass Word immer geöffnet wird, wenn ich ein Word-Dokument auswähle und ich klicke dann auf Word öffnen. Schon wird Microsoft Word gestartet und das Dokument wird mir dann auf dem Bildschirm angezeigt. Jetzt könnte ich mit allen Möglichkeiten, die Microsoft Word bietet, dieses für mich freigegebene Dokument bearbeiten. Ich schließe Word wieder und ich gehe jetzt auf diese PowerPoint-Präsentation. Sie können sich sicher erinnern, dass ich in einem vorherigen Video diese PowerPoint-Präsentation für mich nur mit der Berechtigung darf lesen angegeben habe oder freigegeben habe. Wenn ich jetzt auf einem Dokument, das ich nur lesen darf, auf das Symbol Open File klicke, dann kommt auch wieder die Frage, ob das Programm geöffnet wird. Es sei denn, Sie schalten das hier aus und dann erscheint die Meldung innerhalb von, in diesem Falle PowerPoint, dass dieses Dokument für die Bearbeitung durch einen anderen Benutzer gesperrt wird. Das heißt also, die Verwaltung von Freigaben und Freigabeberechtigungen werden auch von Awesome Drive ordnungsgemäß berücksichtigt und es gibt nicht die Möglichkeit, durch die Installation von Awesome Drive auf Dokumente im Bearbeitungsmodus zuzugreifen, in denen nur die Möglichkeit darf kommentieren oder gar darf ansehen freigegeben worden ist. Okay, ich klicke auf Abbrechen und ich verlasse PowerPoint wieder. Sie sehen also, Sie haben alle Möglichkeiten, mit den Originalprogrammen von Microsoft zu arbeiten, auch in dem Bereich freigegebene Dateien. Sie sollten aber bitte darauf achten, damit alles sauber und ordentlich im Team funktioniert, dass alle Personen, die auf freigegebene Dateien zugreifen, auf ihrem Computer Microsoft Office installiert haben, dass es dort den Chrome Browser gibt und dass es innerhalb des Chrome Browsers die Erweiterung Awesome Drive gibt. Nur, wenn alle Beteiligten gleich konfiguriert sind und die gleichen Bearbeitungsmöglichkeiten haben, können Sie sicher sein, dass es nicht irgendwo Probleme gibt. So, gehen wir zurück auf meine Ablage und ich klicke einmal, weil wir das noch nie gemacht haben, auf Publisher. Sie sehen, Publisher hat keine Vorschau. Ich hatte Ihnen ja vorher schon einmal gesagt, dass Google Drive Publisher Dateien nicht interpretieren kann und deswegen auch keine Vorschau anzeigen kann. Aber, sobald Awesome Drive installiert ist und man auf Open File klickt, ist es möglich, auch Publisher Dateien zu bearbeiten und zwar mit dem ganz normalen Microsoft Publisher Programm. Ich habe jetzt hier eine Publikation, in der ich lediglich diesen Stern eingegeben habe, denn ich will hier ja jetzt keine Publikationen produzieren, sondern Ihnen nur zeigen, wie das geht. Also, auch das ist kein Problem. Sie können mit Awesome Drive Publisher Dateien öffnen und bearbeiten. Sie können sie halt nur nicht anlegen. Jetzt zeige ich Ihnen noch die Ausnahme und dann im nächsten Video die Lösung. Wenn ich auf diese PDF-Datei klicke und dann auf Open File gehe, dann bekomme ich diese Meldung. Das heißt also, ohne die Erweiterung AO-Docs Universal File Opener kann das Extension Awesome Drive eine PDF-Datei oder auch eine Access-Datenbank nicht öffnen. Wie Sie diese Erweiterung zusätzlich installieren, das schauen wir uns dann gleich im folgenden Video an.